hallo freunde willkommen zurück auf der map mountain hill ich bin hier freundlicher pack schnitzel wechseln habe jetzt das problem da kommt meine düngespritze von der mission zurück da drüben steht meine neue halle die ich habe mir letztes mal wieder hingebaut sieht auch gut aus jetzt bin ich hier in meinem siele wo meine hackschnitzel drin sind kann sein hier haben wir hackschnitzel 63.000 liter die würde jetzt gern verkaufen und ich weiß ich habe gedacht ich finde sie nicht nur gerade krach machen dass ich sie mein fehler falscher hänger ein ladewagen kann keine hackschnitzel ich wollte mich gerade aufregen wenn wir 63.000 liter kann ich schon mal einen hänger verkaufen und da ich das jetzt das erste mal mache ich kann jetzt im hof seh nur das habe ich gerade auch gesagt dass er da hinfahren soll muss aber natürlich die düngespritze da vorne weg fahren hier steht der weg ist eine kante die weg muss so nochmal da rüber ich weiß ich sollte mal rasen mähen hier ist schon reichlich hoch wieder Dummdi-Dummdi-Dumm, wo bleibt jetzt mein Traktor? Das ist ein langsames Eck dahinten, da führte sehr vorsichtig hier rum, ich versteh's nicht. Hier ist nix überdacht, das ist ja scheinbar. Jetzt zeigte er mir auch mehr an, gerade hat er fast nichts angezeigt. Wie gesagt, ich wollte mich schon ärgern, wir müssen zur Gärtnerei. Schauen wir auf eine Verkaufstelle an Gärtnerei. Verkaufstellen, ja. Ich nehme an, das ist das Gartencenter. Ich weiß nicht, warum man das gerne rein nennt und hier Gartencenter rein schreibt. Da soll man doch irgendwo gleich damit sein. So, wir sind voll. Dann fahren wir mal los, schauen mal eben, was der Rest macht. Mein Häcksler fährt da noch. Na, schalt oben genau, da hat noch einiges vor sich. Wo ist denn die Gärtnerei? Bäckerei, Supermarkt, Restaurant, Aviamarkt, Danke, Zimmerei, 3D Mühle, Heizkaffee, Kompost, Shop, Biogas, Lagerhaus, Viehhändler, Sägewerk. Wo ist die Gärtnerei? Ich sehe keine Gärtnerei. Bin ich blind? Lass uns überraschen, wo wir hinfahren. Was gibt es in der Zeit noch zu tun? Wenn wir noch einen Auftrag nehmen. 22,4 da oben. Die 39 düngen. Gehen wir da 39 düngen. Wie das funktioniert. Wir gucken jetzt mal auf die 39. Wo ist die 39? Meine Maus kratzt. 39 ist da. Da kommen wir wieder nicht rüber. Das heißt, er wird jetzt erstmal wieder außen rum fahren. Ok. Meine Maus kratzt auf der Stischplatte. Da muss ich mal säubern. So. Der fährt jetzt ja langsam zum Gartenzentner. Ich kann sie doch markieren. Gärtnerei. Wird er mir dann da auch angezeigt? Früher war das so, dass das groß angezeigt wird. Sehe ich jetzt hier noch nicht. Auf der Map. Da gibt es da. Molkenreiter sind wir. Windmüllig sehe. Keine Gärtnerei. Leute, wo habt ihr die Gärtnerei versteckt? Da ist die Gärtnerei. Jetzt habe ich sie gefunden. Hier bei 76, 67. Gartencenter Shop 1. Gartenchomper Shop 2. Danke. Gärtnerei. Ok. Dann bist du das auch. Es ist eine ganze Strecke zum Fahren da hoch. Ich weiß nicht warum sie da gerade ausgefahren sind. Nicht hier rechts rum. Aber noch einiges vor uns. Macht nichts auf dieser netten Karte. Die ist jetzt sehr frei von Bäumen und Blümchen. Ich habe jetzt einige mehr gesehen, die mehr detailliert ausgeschmückt wurden. Aber wie gesagt. Diese Geschmackssache wäre es. Der eine mag so, der andere so. Und einen größeren Ruf. Hätte ich auch machen können. Aber ich wollte ja was eigenes aufbauen. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige wäre. Im Nachhinein. Er sieht von hier oben richtig gut aus. Schön angelegt. Saubergerade. Ob es praktisch ist, weiß ich nicht. Ich sehe mal Schatten. Wo sind denn die Flugzeuge? Gut. Du bist auf der Suche. Du bist im Hexern. Das ist gut. Und du fährst zu deinem Auftrag. Und bei der 26 bist du. Das ist hier unten. Du musst aber zu 39. Ist doch ein Stück. Das könnten wir aber jetzt mal übernehmen hier einfach. Sparen wir uns noch ein bisschen Geld. So. Automatik rein. Jetzt hätte ich wirklich vor dem Video mich geärgert und gedacht, die Silo kommt mit einer Handschlüssel wieder raus. Aber. Beim Starten des Videos gemerkt, dass der Ladewagen in der Fall passen keine Handschlüssel. Das funktioniert nicht. Also entschuldige mich schon für jede nicht geäußerte Schimpforte. Ich sehe nämlich schon wie immer ein neues Projekt anfangen, weil das hier nicht funktioniert. Aber es funktioniert ja. Ist ja schön. Da scheint ein Hubschrauber bei uns rüber zu fliegen. Ich sehe immer noch Schatten, Schatten, Schatten. Den Hubschrauber habe ich noch nie gesehen. Ich habe jetzt die 41 links und dann kommt die 40 und danach müsste die 39 kommen. Und das müsste dann unser Auftrag sein. Genau. Eine Kreuzung. Jetzt hängt mein Bild. Da ist noch weiter gut. Da blinkt die 39 schon mal. Das ist gut. Lass die Augen auf dem Bildschirm, dann weiß ich, wo du hinfährst. Wenn du dich fragst, warum ich immer eine kleine Düngerspritze habe. Die ganz große ist bei den Hängen schwierig. Die bleibt immer an den Hängen. Die Black Panthier ist nicht mein Fall. Ich weiß nicht, ob sie zu leicht ist, weil irgendwo hat die rückwärtssetzenden Sätze noch ein paar Eigenschaften. Dann nehme ich lieber jedes schlechte Sound in Kauf. Und der Blech Hüchse hier ist noch die verlässlichste Filmespritze für mich. So. Dann setzen wir dich mal hier an. Dann machen wir hier ein paar Euro nebenbei. Und der Koma ist unsere Hackschnitzung zu machen. Der wartet hier. Der unser Abfahrer ist am Abfahren. Und wir kommen jetzt zur Gärtnereihe. Wir schauen mal, wo er uns da hinbringt. Gartencenter heißt es. Das heißt, da haben wir eins angeboten. Gartencenter. Und die anderen beiden dürften dann Kaufstellen sein. Gartencenter dürfte der einzige Verkaufsseite sein. Und das andere ist im Einkauf. Bin ich denn schon bei der Gärtnerei? Oder bin ich beim Aviashop? Na, ich bin bei der Getreidemühle. Ach, da oben. Getreidemühle bin ich. Und hier geht es jetzt zur Gärtnerei. Ja, so lernt man die Karte kennen. Das ist ein Grund, warum ich nicht diesmal dieses All-in-One-Verkaufsding hingestellt habe. Wo es immer einen besseren Preis kriegt, natürlich. Lohnt sich auch, rentiert sich immer viel Geld machen wird. Aber man sieht die ganzen anderen Produktionen nicht. Es ist schade drum. Da habe ich mir gesagt, hier mache ich das nicht. Ich will wissen, wo was produziert wird. Und wie mir die Karte kennenlernen. Sonst komme ich von meinem Hof nicht mehr runter. Das habe ich jetzt eben auf der Abendsberg. Da habe ich meinen eigenen Verkaufspunkt. Und brauche eigentlich meine Länderei nicht zu verlassen. Weil ich kriege nirgendwo anders einen besseren Preis. So, wir sind hier auf dem Gartencenter. Ein großes Teil. Ist nett gemacht, dieses Geschenk. Anlieferung abgekoppelt vom Privatverkauf. So, da waren wir falsch. Ich bin hier noch nicht gewesen. Genau, hier habe ich markiert. Das war das. Hier ist der Verkauf. Hier kann ich auch Mist abgeben, wenn ich welchen habe. Okay. Und hier haben wir so eine Schatzschnitzel rein. Das heißt, wir gucken mal, ob wir schon wieder was mit Silo drin haben bei uns. Ganz schön viel Speicherei hier. So, Hackschnitzel. 16.000, das lohnt sich noch nicht. 47.000 kann ich. Also, wir gehen erstmal wieder zum Parken. Warten, bis der voll ist. Rufparken. Anhänger, Geld. Das ist der. Weil er hauptsächlich seit dem Gelb ist. Gröning gibt es auch. So, und das waren 27.000. Das hat sich gelohnt. Soll jemand sagen, dass Pappeln sich nicht lohnt? So, die Markierung mal weg. Hier kann man kaufen. Okay. Und dann fahren wir wieder zurück. Das macht Spaß. Es funktioniert sehr gut. Also, wenn das mal richtig läuft, kann man da auch einen Autodrive-Kurs automatisieren. Silo leeren. Aber dafür muss ja einiges mehr drin haben, dann nenne ich hier nicht. So, du bist dran. Das heißt, ich gehe mal wieder zu unserem Hof. Das haben wir nicht richtig angesehen. Äh... Das ist mein Farmhaus. Dann meine Halle stehen. Ich habe noch einen Platz frei. Ich habe aber den Nadelwagen... Äh... Die Tritsche. Und ich habe meine Sämaschine, die da rein muss. Hier schwebt es. Das ist nicht gut. Das gefällt mir noch nicht. So muss das Geld wieder ausgegeben werden. Dann alles was... Planieren. Planieren ist beide. Das heißt, wir müssen den da drinnen nehmen. Schwebt da noch was? Glaube nicht. Da hebt er an. Dann gleich ein bisschen an, dass ich da runter fahren kann. Äh... Gehen wir mal weg. Da war eine Kante, die weg muss. Mal ein bisschen kleiner. So... Jetzt gehen wir in die Textur rein. Das ist falsch. Sende ist falsch. Rund ist das ein bisschen sauberer hier. Mal gucken, dass beim nächsten Rasenmähen mir nicht da rein fährt. Wenn ich M da durchjage... So... Den trägt da ein bisschen durch, so dann ist das für mich eine halbwegs saubere Sache, es schwebt immer noch, obwohl ich gesagt habe, dass es höher gehen soll, da muss ich noch mal dran, aber es geht so, es ist nicht ganz so schlimm, für mich, da gehen wir noch ein bisschen an, als es geht, da ein bisschen Gras rauswachsen, das funktioniert, schauen wir mal wo unsere Fahrzeuge sind, du bist auf dem Weg nach Hause, du bist auf dem Weg, du musst da zum Hofsieger, wo wir du herführst, und du bist auf dem falschen Feld, wo sind wir denn hier, die 39 ist da, wir sind auf der 038, das heißt, wir drehen mal um, ich bringe den nach Hause, sehe aber, wir sind auch schon wieder am Ende, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es bleibt interessant für euch, danke für die Kommentare, für die Tipps, die von euch kommen, und bleibt mir gewogen, und bleibt auf jeden Fall gesund, bis zum nächsten Mal und macht's gut.